Hallo YouTube, hallo Twitch, was geht ab? Vielen Dank fürs Einschalten. Hier auf meinem Kanal kommt seit über einem Jahr jeden Tag mindestens ein Upload. Daher bitte dran denken, liken, kommentieren, abonnieren, die Glocke aktivieren. Damit ihr nichts mehr verpasst, würde mich wirklich sehr freuen. Und jetzt viel, viel Spaß mit dem Video. So, chat, ich bin wieder da, was geht ab? Hola. Ich wollte hier. Hola. Oh, hättest du nicht wegbleiben können. Ich war so schön ohne dich. Hier ist Rick. Ne, der ist Wizard Class Level 94, das ist zu low, ne? Ja, wir brauchen jetzt Kral Damage. Ja, wir haben eine geile Party, aber warten wir auch in 98. Also, Koksnote macht Warrior, oder? Ja, ja, Koksnote macht Warrior Lure. Dann haben wir einmal Varlok Cleric für Cleric und einmal Varlok Cleric für Middamage. Und dann haben wir noch einen Wizard. Jetzt holen wir uns einen zweiten Wizard. Und dann haben wir zweimal Int und zwei Wizard plus aufgeteilt. Ja, könnte was werden. Ah, jetzt sind Lord und Spider-Kind wirklich alive. Ja, ja. Ja, die suchen auf der Art Art an, ne? Ich hab nicht mal Särk mehr, ich gerade. Ich hab nicht mal Särk mehr, ich gerade. Ich hab nicht mal Särk mehr, ich suche hier, ich dachte, Särk. Habt ihr schon Mages geguckt? Hast du geguckt? Ja, ja, da ist nichts, da ist nichts. Du kannst nur diesen neuen Spawn-Block abgucken. Da war der Kollege, glaube ich nicht. Oder Tempel jetzt. Hier ist er. Echt? Ja, ja. Särk hatten schon. Digga, ich glaube nicht komplett lang gelaufen. Hat der weggezogen, ne? Ne, ja, ein bisschen hier den Weg runter. Wichtig, Joe, erstmal Bless reinmachen, wenn Lord tut es. Mit 96. Gehzeit beitragt. Der blaue Energy ist es nicht, Marco. Ja, das ist nicht gut, ne? Der Nachgeschmack ist der Hardcore, ne? Ja, Renetrant, ja. Ne, der blaue ist es nicht. Ich hab ihn auf Eigen holt fast, ne? Die Mistratte. Crack ist jetzt auch, Bauer? Das war doch meine Spider-Queen, Marco. Weiß ich mal, was der auch vorher war. Spier. Und los. Hat er leider noch die Hälfte nicht da? Schaden. Ich hab dann auch Danke. So ein Arschloch. Wer ist denn GZ-Beitrag? Ich weiß es leider nicht. Das ist auf jeden Fall ein Thief. Ist das so? Ist das ein Thief? Ja, ja. Ja, er liebt also rum, ja. Thief ist das Dings. Ich war eine Minute zu spät. Da war er mich schon fast halb ab. Ich hab ihn fast noch hingekommen. In welchen Raum gehen wir auf B4? Ich weiß nicht. Du sollst mal drüber was kaufen gelassen. Irgendwo, wo keiner essen muss. Wo waren wir gestern? Westen, oder? Ich glaub, da ist immer was los. Im Westen? Ich mein, ja. Also bis jetzt waren alle Partys, die ich hatte, im Norden oder im Osten? Und wir waren ja gestern mit Dings fest, oder? Oh Gott. Können meinetwegen nochmal Westen gehen. Sag mal hier, deinem besten Freund, der soll ein Wizard einloggen und helfen. Robin? Ja. Nee. Dann machen wir Minus-Damage. Ja. SCR Wizard wird euch da jetzt nicht helfen können. Warum nicht? Du könntest die Mops für uns denken. Und luren. Äh, Geld ist special. Ah, genau. Gut, dass ihr es sagt. Cross of Life kaufen. Schlafen gehen. Hier, wieder Rick. Der Level 94, ja, wo ist das für die ganze Zeit rein? Ja, nimm ihn an. Wir finden eh grad nichts anderes. Ich meine, ist er 94. Sag mir den mal an. Ja, zu spät. Wenn er kein 94er-Stuff hat, dann schreib ihm. Wenn er kein 94er-Stuff hat, soll er rauswählen. Wie wird der geschrieben? Einfach nur Rick? Einfach nur Rick. Wie Rick. Fischer-Core. Hallo, mate. Hi. You're welcome. Der fragt nach Give-Away. Ah, okay. Ich kann 10k geben. Bitte. Ach, fast. Der war bei Ong. Ong-P-Level, morgen wieder. Danke für deine Folge. Okay. Tomorrow is the next Power-Level. Soll ich Rick annehmen? Ja. Ja, mach einfach mal. Ich finde gerade eh nichts. Ich finde die Uhrzeit wird's. Das ist aber ein anderer Joey, Marco. Nein. Das ist der Streamer Jack Jackson. Ja, ist jetzt Vala-Cleric nicht mehr Bart? Rick ist auch deutscher. Puh, 90er-Stuff. Ah, da kracht's. Der soll sich sofort einen 94er-Gauch und eine plus 5 machen. Ich hab's. Ich hab's sogar einen. Also 94er-Stuff. Ja, das sind sogar zwei für 15 Mille im Dingens. Sag dir mal einer, den kann der ja wohl kaufen und schnell plus 5 machen. Ja, ist das nicht sein erster Gedanke ist, wenn er 94 ist? Stehe ich jetzt auch nicht. Ja, wenn du mal bedenkst, ich hab zum Beispiel auch keine 94er-Stuff. Ich hab auch keine Hafer, nicht mal eine 90er-Stuff. Aber wobei, die 90er-Stuff war noch nicht gut genug. Ja, du levelst eh nur in Partys. Du brauchst eh. Das ist richtig. Ach, der hat einen. Okay. Er hat einen. Mit 64 Prozent sogar. Hauptsache. Hä? Der hat das in 382. Digga, der. 94er ist ja plus 3 schon besser. Mhm. Wahrscheinlich, ja. Immer. Nee, ist nicht wahrscheinlich, definitiv. Deswegen kracht's bei mir, wenn das nicht dein erster Gedanke ist, sobald es aufblinkt und du 94 bist. Ja, vor allem, wenn du die Waffe auch schon hast, weißt du? Eben. Da kracht's halt wieder. Da guckst du, da ist jetzt wieder dran. Ist einer zum Spot schon losgelaufen? Mhm. Okay. Ich würde ja rennen, aber ich werde das wahrscheinlich verrecken. Alter, wo ist diese Tigergöl, scheiße, man. Hast du wieder irgendwas? Oh, der ist ja nicht. Da war gar nicht schon an der Bersi herum rum. Ja, ich hab's gesehen. Der ist mir gerade hergekommen. Bess ist frei. Bess ist frei. Spornpunkt da, zwischen Mountain und Stronghold. Ja, da war ich auch, ja. Vielleicht bin ich aber blind. Ja, guck lieber nochmal nach. Guck mal. Ich guck halt immer mal auf die Karte, wo ich da irgendwo so einen pinken Punkt sehe. Ja, ich auch. Dann guckst du meine Punkte ab. Ich hab schon wieder irgendwo übersehen. Ja, das Boden ist. Okay. Okay, Arturi macht Dings. So. Ayuki. Wie, wie, wie buffen wir? Ich mach wieder dich und Justin. Okay, Justin, ja. Ja, das muss ich dir abklären. Ja, das macht uns beide. Okay, dann mach ich, Rick und. Ja, also. Wo war jetzt das Problem? Hast du gefunden? Nee. Ich weiß nicht, wo du dir sagen solltest. Ich hab schon zwei hier rumrennen sehen, aber irgendwie. Ben, wieder hier. Hier ist man mit Nächstesuch alle Unix geloadet. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Man wird geloadet. Bess ist hier wieder irgendwo am Rand gespawnt. Kracht. Kracht. Äh, hier ist nix, Danny. Warte hier. Nee. Vielleicht da mal ein Pferd rum. Ach, hier ist dieser Neox. Ja, und von oben von der Fähre kam ja gerade einer entgegen. Ja, wieso reitet Neox auf einem 40er Pferd? Kracht. Hier wird grad sogar einer. Das war wild. Da ist die... Scammer Event Wolfi. Scammer Event Wolfi. Nett. Toxisch. hast du sie da oben hinterm trader oder was am reverse punkt findet sie keine jetzt hat janus gezählt zu raiuki wir kommen wir sind alle schon hier ich muss reparieren erstmal wacht die member hat das sind meine taschen leer ja wieso habe ich eine 18er chest wieder so ich komme da müssen ich muss gerade erst so das neue schon hochgeladen warte mal weil ich muss dass ich das alte einstellen nehmen doch jetzt das für ein rest drunter warum ich dich denn ist so sind wir ja ich war ja das war ja spot ja ja ich bin ja ich muss dass man reverse kaufen mensch bin der stumpf weg so wie soll ich mich porten ist egal sie wollen alle sagen ich habe den schon verkauft nimmt hier ausgeliehen ich habe gerade kurz schon gedacht gleich brechen wir alle tisch durch ich habe pq vom warrior ja dann mach ich nur das digga figure hey das ist ja doch heute hin hier marko sagt du habe ich einen bekommen von nicht das zwei mitsche wenn ihr was zu einem bekommt das darf das habe ich jetzt dann bekommen ich weiß nicht mehr wer dafür war es kann auch drinnen gewesen sein wenn man immer sicher das meine rauchen liegt ja gleich los hier ach so hatte ich kurz aufs party ich muss noch mal länger aktivieren machen erst mal kippe trinken die audios raus ich wollte schon sagen so raus wegen dingens ich werde nix mit jetzt ins päckchen ja ja aber aber geil wie fetter hobbit aka tobi einfach daumen hoch schickt bei dem lied ausländer raus so der hat das er hat sehr gut hast du guckst nochmal auch noch ticket an jetzt ja aber nicht auf mich tragen hier ich bin heute im büschlamm schlafen nichts schlafen nichts schlafen du bist heute ist die motivation da ist party giant ja ich brauche noch 700 kids wieso kommt man dann auf dem spot wieder mit ticket aus die eine minute das dauert kommt doch mit ticket an auf dem spot das ist mein ticket nicht an hast nicht 20 sekunden gewartet doch das spart ja unten im text und zumal ist aber und zwar auch baggie jetzt gerade hat miss kappen gefragt na ja auf gar keinen fall aber wir sind nicht wohl sind folgendermaßen das ist nur koks nut ist rausgegangen kurz wegen der pt und die muttert angefragt wo ist denn hier der level spot wo soll ich mich hinschauen ja ja hier auf dem action ne er hat mein pq plus fans äh du kannst bitte mit lt attack ne du hast doppel double bass was also ist ja nur machen ja ja ich versuch das mal aber ich habe mpcs hat ne denkt um ach so janus du musst janus pikun und du musst janus pikun wichtig und richtig ne janus muss justin pikun hat ein warrior 3 pqs naja pvp forum steht dass sie das von 3 auf 2 nicht reduziert haben ja das ist aber anscheinend nicht davon weil weil ich habe der klerik hat und dings hat vergessen oder haben neue skript ist hochgeladen janus aber die macht ja wir haben keine str mit 5 5 zirkel und dann waren er nicht attackten aber der macht ja glaube ich einen bittnirer juki macht der rik oder der rik oder der rik oder der rik oder der rw der braucht noch ein bisschen braucht bisschen länger muss noch das von rg oder dass das schon 76 ist was 0 ja du musst joey joey und justin pq geben joey joey und du hast auch keine bus und den bekommst du denn was okay dann muss ich nie weg geben weil der hat fans und dann muss ich dir und koks untergeben okay dann habe ich euch beide unten ok der ok du gibst du gibst arturi und joe ja rick macht bitte mit lt du hast bitte na die partie kann was werden wenn der lora jetzt noch rein scheppert der ist richtig gut ja wer kann das fließen welche prozente ich habe vier prozent gemacht seit wir hier sind bitte nicht so weit weg klicken so der hat fans des raiuki hat pq arturi bekommt und arturi und joe bekommen von audio rick bekommen von warrior und janus bekommt pq von mir und koks unter bekommt von mir läuft 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 ich bin zufrieden hat rick lt angemacht also joey ist ja nur am meckern wir sind noch nicht ganz hier angekommen und der meckert ja das mecker ist das mecker mit karsch vorerst meine wäsche darauf erst mal eine milchschnitte das hatte ich sonst alles immer aus was ist das für level der joey 96 ich bin für das herbertieren muss eigentlich dann laufen hat die 206 ist für ultra blatt der will das ist das ist der ultra blatt der will party 98er bogen menschen techno prozent das ist aber geil da sehe ich mich kleriker oder wesbock kleriker von den zwei juli doch glaube ich noch so das heißt dass unser attacker das scheiß bar locker jetzt schreibt das strike 3 wie sehr sind denn raiuki und joey weil die sind halt eine gilde mit koks nutte ich glaube nicht weil der ist in anliegt reingejoint nachdem wir schon in sechs gilden vorher drin war der reich hat keine lt angemacht jetzt ich habe lt an aber er hat auch keine lt an das ist halt nur schwierig das rotation habe ich jetzt mal gar kein bock noch ein 98er bogen bekommen wobei 1 2 3 3 bless reicht 3 bless für dauerrotation eher 4 ne juli raiuki aber wobei justin kann ja auch dann hätten wir fünf mal lässt dann haben wir dauerhaft ding das sind ja der kann nicht ich kann aber eigentlich auch nicht also das anstrengen ich habe rücken muss ich weil ich muss ich wieder lt anmachen wieder ausmachen bär sie aus da muss ich ja da muss ich ja weil ich groß ich habe schon 28er bögen bekommen marco hier in der party jetzt ja perfekt ich habe einen hp ein mp grind ich habe einen intab bekommen und drei elixiere könnte ja auch für die tabs einzusammeln ich brauche sie nicht abgehoben dann gib sie uns ich weiß ja auch den boden hier zack weg damit ja fox tabs und so ein bild habe ich so viele steine von das ich habe richtig erstmal erstmal christ hart aufs sammeln joey erstmal umsgill wo ist unser krall oder ja der kommt hier hätten die die spawn rate reduziert digger ich hatte hier teilweise parties da konnten wir dauerhafte taken ja weil jetzt so schnell er wird und dachten sie sich ne ich krieg zwei bows und ich krieg drei mp grains alter ich hab einen hp grain das ist dann das wenigstens geiler moon boot wäre ne irgendwie hat es schon geschrieben wenn ich einen bogen finde erst so x oder plus irgendwas dann kauft er den oder prod 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 so x ja ich wollte auch nur mal anmerken es hat noch kein 90er srs drop gefunden gestern glaube ich auch nicht ne heute ist der ja heute machen wir den ersten ja deswegen ja deswegen bin ich dabei gierig die verstehen halt die rotation von den items nicht kann das sein ne ne du bist ein bisschen äh 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 investier mal lieber in silk alter dann dient mehr als seine ganze familie ne er hat geschrieben der investiert lieber silk ne doch mal besser aus noch ein paar die dahinter ich uns sehen es im blöck komm land komm gelio abigailio nassissi sei einfach nicht so frech joey hallo bless ich hab cool dann ich mach toxischer toxischer art und weise ich schlafe ich greife an die ganze zeit ich habe immer keinen bock jetzt hier mal lte wieder auszumachen gibt mir es wird dann mache ich das gerne kannst mir dann direkt weiter reichen das hat den stress aus das mache ich gar nicht also gott diesen deutschen tap hier schon so gut gestern wollte er noch alles haben und leute wirft da alles weg mit so viele hundert das text uns gekauft 348 90 auch in sie alles jetzt abgehoben der wort das nicht mehr nein ich habe das angemacht also ja ich bin danach gestorben das alles ist alles fein ich habe gerade von der stelle abbekommen ich bin aber auch tot ich bin aber auch tot ich muss halt hier dann doch aus der 90er spiel das haben wir doch quid sieben ja 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 das hat ja das hat ausgegeben ich habe zwei verteilt ja ja genau ja das hat an natur und joey ich schreibe noch kurz es ist keins mehr übrig du brauchst kein pain schreiben dann kann ich aber keine thema dann lass aus ricard an dass du aus ricard anwalt ricard full buff doch der lachs ja ja eben sogar mit einem war locker als attacker mit plus null war schatz feiert ach stimmt rick war der mit arno dübel als als von nehmen das hatte ich schon mal gesehen der gute arno der gute arno besser man ja genau so krass er brauchte ich war pk wuchs brauchst du pk und gebe ich digga für sein lt ja wie auch mal schuhe kurz sollte ohne kappen testen wir oder machen wir audio nach oben und dann machen wir das bei koks weg und geben das auf digga dann kann die nämlich mit alter angreifen doch mit lte ist geil das geisterkrank über sex was auf 94 erst da ja es besser als 95 prozent der leute ja ob das ob du das wirklich investen solltest das ist das problem für die vier level 98 aber ich bin halt da stört mich dann auch gar nicht also 2000 deswegen ich würde lieber sagen verkauft ihr einfach im plus acht dann findest du vielleicht noch einen gierigen der sich so denkt boah geil denn mach ich plus zehn dann kriegst du vielleicht noch einen guten guten silk preis dafür michael schild ist ja du kriegst die unix an ich meine boss wenn du komm mal die wollen für so'n moon necklaces necklaces dicker zähne im shop haben das kauft sich keiner brauchst keine sorgen haben das ist ja schon geisteskrank 5000 arena coins und dann zwei b 5000 2000 oder 2000 neck 2000 earrings und zwei b oder so ja genau für was denn für item 10 degree moon ja ja wahrscheinlich ach wär das schön wenn wir die vision hätten deswegen will infi wahrscheinlich auch alle coins kaufen ja ja ich hab mir schon welche gegeben ich hätt aber nur drei ja 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 so ist ok ja 120.000 Tobi ist da ja also ich seh grad bei ihm drehen dass er grad rota ist oh ja zuxi ja geht ja geht ja zum glück ja zum glück geht hier bald aus was geht aus mein headset achso ich mach mal cos bless rein hier noch mal irgendwie man tut bald ist der top of stone 10 prepare me so das läuft ich habe ich habe ein dg 10 blade bekommen abgehoben ich habe noch gar kein item drop bekommen was soll denn das ich habe schon 4 du hast dafür hp ampel grains bekommen justin ja wahrscheinlich die philosophie ja wahrscheinlich ja weil wir könnt ihr haben zack schmeißer bohnen zack philosophie behalte ich aber die an aber ich habe dafür schon 5 elixiere bekommen und ein intab ach du scheiße ja elixiere schmecken schmecken ich habe das neue ding hochgeladen ja das hast du gesehen ja mach ich aber jetzt gerade tut es das ja noch ja genau damit kannst du wie gesagt auf der auf der hinteren taste kannst du auf tgs und auf der vorderen taste kannst du nochmal klick da sehe ich mich click and buy arno dübel mhm 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 ja aber bitte wir müssen hier 50 mobs auf uns drauf haben ist doch keine party ah die ist immer gierig an der stemme wieder stimmt oh ich habe die reine da kommt was bei janus gibt es nicht genug mobs du musst so denken das tickert mich übelst dieses pinke da oben wenn da immer steht sss grad mobgekate ist das unseres mhm 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 umso mehr mobs umso mehr umso höher ist die chance spielen also x drauf kriegen ja das ist ja ja das recht das habe ich gestern auch gesagt ne die mobs sind übelstack alter war die wende da abgecheckt ob da nicht irgendwie die welle die wende ach so die wende i take a look der läuft ja immer bis hier hin wir konnten 24 schon verkloppt grad ne mehr geht immer dünnie mehr geht immer gehen alle auf mich auf wir haben nur zwei chinesen und 6 euros mehr geht immer figger figger ja du hast ja auch den meisten schaden töni die müssen ja auch auf dich drauf gehen doch doch der rick hat auch glaube ich einen guten Speer der hat nur 94 plus 5 hat er sich gerade eben gemacht achso der ist nicht voll krall der ist half krall half krall half krall half krall hülf mit y der kennt es nicht half krall op krall op krall wäre dann plus 12 ne ja ja das ist 12 und 20 das ist noch mehr als full ja dann höre ich mich und dann bei uns P-Level ne ja kann ein taxi fred gates der beitrag autotronic aha und jetzt hier jetzt auch eins dann müsst ihr uns für euch ja so mit Manaorbit ist auch nett die ganze zeit ne ja Manaorbit ist immer ist saftig mensch wir hätten dann Vega Recovery Grain bekommen wie gesagt jetzt ist die Party top aber wir bräuchten dauerhaft mobs verstehst du ich meine ja 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 das stimmt das wäre das kein 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 Leerlauf aber irgendwie ist der Raum komisch ja der wirkt so leer Digga es ist so normalerweise bin ich gewohnt dass hier überall was ist auch als wir eben durchs wasser gelaufen sind da war ja nix 44 das ist der der ist aus der Mariah Party Justin mhm Köln 44 da geht's ab du kriegst die mobs auch nicht die bleiben einfach manchmal hinter dir stehen mhm hat er gestern schon immer gesagt weil sonst immer so packig sind stehen bleiben jöni was dann bin Party Giants Haven nee das mach ich nicht weil die anderen machen auch mal mit Bersi Anhänger und ich lauf mit Bersi rumlaufen das kriegst du so schnell voll da brauchst du nicht verspannen sag bist du so selten noch da kommst du so selten Party Giants nee äh leider ja da hast du bis dahin wie locker voll und dann kommt wieder drei stöcke auf einmal und wir gehen die nicht schnell genug und keiner hat nen Särk ne naja jetzt haben sie ja alt oh komm ist beliebigen beliebigen sollte man hier wieder verteilen cool weil wenn du dir so eine Erinnerung einstellen könntest so wie bei ww so ein addon das auch blinkt wenn ein Ding jetzt vorbei ist weißt du mhm panik moin willkommen im stream was geht ab ja 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 ne 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 danke für das Resub Justin bitteschön dw cave gibt ab panik das steht hier nicht ist doch das geilste 23 Monate dw cave ist absolute Liebe cool krall 23 23 ja kennt euch aber schon lange bisschen du musst aber nicht bei ihm da in der Nähe ne doch leider schon also wir waren heute sogar in der Stadt von Justin Essen aber er hatte keinen Bock weil er war ja krank und dann darf er ja das Haus nicht verlassen weil dann könnten könnten die Kollegen von dem Unternehmen wo er noch arbeitet ihn ja sehen ja das war beim letzten das war beim letzten mal schon voll der Shitstorm es ist doch scheitz egal du suchst dir einen neuen Arbeitgeber ich hab keinen bock auf diesen ich weiß aber ich hab keinen bock auf diesen Stress das geht mir auf das nervt mich einfach es ist doch gesetzlich vorgeschrieben dass du alles dafür tun darfst damit es dir gesundheitlich besser geht richtig und dabei ist Marco aber dich zu sehen ist nicht förderlich ja aber essen gehen ist förderlich das stimmt mit Lars und Janus ja wahrscheinlich wir hatten wir hatten einen guten Austausch heute hätte ich gar nicht gedacht ja genau mi 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 genau da sagst du es richtig Franek mi 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 das trifft es genau richtig bei dem bei dem Bart Battle Bart 98er war der Grote hab ich bekommen mit 3% Magetic naa schade den kannst du destroyen für Elemente die oja mai auch ich muss auch noch ganz viel später destroyen auch das halbe storage wieder full viel krall viel krall denke ich nur 5-6 seiten zu destroyen da hast du so viele Elemente die recht für das nächste Leben auch für die nächste meinte da habe ich auch schon teilweise ich habe auch gestern glaube ich sieben oder so mit danke für den Tobi hoffe bei dir ist alles todo todo bien kommst du doch ins discord bist du da ja ich habe mich gerade geradet ich habe gerade schon gefragt sagt er er hat noch nicht geantwortet die ja 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 habe ich kein sehr ich habe gerade verbraucht da sind wir wieder beim thema da hatten wir ja schon eine da haben wir so jetzt sieht es schon besser aus massiv tot so müsste das dauerhaft aussehen ich mache mal das ein müsste ein bisschen auf hund aufpassen was ist los Tobi hund aufpassen ach du scheiße ja aber Tobi wenn du auf den hund aufpassen willst dann muss ich hier rüber in discord kommen ne Marco ist hier er hat sich an seinem leckerli verschluckt und bekommt wenig luft idiot hat sich leckerli verschluckt und bekommt wenig am lecker nicht dass er mir eine luftröhre steckt oder sowas die muss er reingreifen das muss ich bei meinem hund auch mal machen war das widerlich da hatte der so ein stöckchen quer hängen der idiot da muss ich dem ins maul greifen die frage ist jetzt wie groß der hund ist ob man da mit der hand reinkommt stimmt Tobi hatte geschrieben hund nicht drehtupe wir haben auch einen Schiffhund ne einen Schiffhund habe ich glaube ich ja mein hund hat eine sehr gute Beißkraft okay das heißt finger ist dann einfach weg ne ach ja hm guck mal hier weg nein 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 oh nö ey die besten leute verlassen uns ja das sind Schatz Militärhund ja gut der beißt dann zu ne ja stimmt das hatte Tobi mal erzählt oh kappa 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 ich krieg die ganze ich krieg nur tabs und dinks ich hab noch ein einziges item bekommen die items genommen ich hab schon acht stück bis morgen Tobi machs gut bis morgen Tobi 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 ich habe sagen er bekommt ganz wichtig so viele russklerik gibt ob es aber wichtig aber auch den meisten drauf bringen ist wir wollen halt was geiles son und ist es irgendwas ich bin froh nicht sagen also ist der tab ist der brain nutzen dann zocken kann wunder wirken bei anderen muss man immer gefühlt sind das nicht diese mistress die sich gegenseitig passen ja nach der party machen die das irgendwie nicht gestern schon ich was uns rausnehmen die war fix die war fix b3 wie viel gut doch hier haben sie den bach da eine ich glaube die kriegen das nur wenn die zu lange stehen ja aber müssten sie eigentlich weil jemand detect und dabei blässt du bist doch schon draußen da war doch gar keine gefahr im vorzug ja die machen aber dass die man das zur sicherheit polizisten ja ist so denn ja gut ich meineführung ist heute zeugnis sauber also kann ich sagen ich wollte zwar ein paar mal gericht und so aber ich bin immer davon gekommen ja immer eigenbedarf eigenbedarf da können die nichts wurde eingestellt ist sehr stark da sind die bei uns ein bisschen humaner als in bayern als maustart meinst du ja aber denkt dran die polizei die können noch ein bisschen mehr sehen als im führungszeugnis steht da helfen sie mir ich bin in gefahr aber das ist ein undankbarer job recht respekt das wieder an jeder das macht aber so ich hab da wir es heutzutage nicht mehr ernst genommen oder gefühlt das stimmt wohl in deutschland zumindest nicht amerika ist vielleicht etwas anderes da haben sie angst vor den kopf respekt zumindest da darfst du auch erst zuschlagen und fragst dann was passiert ist oder am besten erschossen entschuldigung was hat denn die probleme so sie haben ihr haust hier verloren ja doof gelaufen habe ich jetzt habe ich ihn ins bein geschossen das ist das wäre noch glück so was brauchen wir gleich wochen den neuen klinik alles 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 dps und einen neuen klerik war ja ja warrior klerik da kommt uns hilft wer ist die ganze zeit mehr infi ja wir nehmen infi telefon buchen immer noch warrior warrior ist ultra geil der macht nur und was kriptos ist tot janus du musst dir kuh vergeben jetzt wird sie hakelig der party nee 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 das hat fehlt einfach nur vorgestein und den audio bekommen findet findet schön passiert mal aber den boden küssen das passiert ja wenn ihr aufheben und weiter machen basically ja muss habe ich auch am meisten ich habe immer noch nicht einen einzigen item rob sechs stück habe ich da da ja da sehe ich mich bei safs deutsch bier ist das gibt es nicht irgendwie nicht mehr interessiert 94 einmal gehabt ich habe irgendwelche im storage muss aber guckt was ich habe aber auch kurzen noch nie in tour ist doch gefunden level 90 ich auch nicht auch die stelle ich auch nicht noch ein 94 habe ich auch im storage liegen da habe ich immer unendlich viele in irgendwelche stalls aber spiel kann ich habe zum beispiel noch eine haffe zum beispiel gedroppt ja okay ich habe sogar nach 90er mpc geschmissen das war wo ich noch dachte du spielst nicht mal bis das war eine coole zeit hat sich aber eine das ist ja noch mal ernst gemacht jetzt bist du hier jungs bestes kostenlos hallo hallo aber ein paar tisch auch noch kein plass soja stimmt ihr habt kein pg ich war hier gerade noch so immer ich war ja noch dem bücher machen janus wegen seag marko siehst du dich eigentlich 2 auf jeden fall franik auf jeden fall werden wir noch arg zwei spielen der release von legacy 2.0 hat uns hat einfach ultra dazwischen gefunden aber langfristig ist ja auch irgendwann wieder schluss mit froh und dann kommen auch wieder ganz viele andere spiele unter anderem arg zwei also da sehe ich mich auch auf jeden fall mit vier bis 800 stunden drin in dem game weil ich habe arg eins schon geisteskrank gesuchtet alles hatte schweren job bekommen ein protektor lexier ein hp grain und 490 er kriegt weniger weil jetzt zu viel gold haben und ich habe kein gold da können die guten sagen ihr 90 was ich immer da habe ich für dich durchverkauf von items gedacht das habe ich durch hat das habe ich erspielt ja ich auch das monster töten naja muss das monster und traden das ist immer so acht gold ist nix wert alt ist einmal traden hast du 50 ja wer sich das antwort ist auch der hat ein problem perfekt jetzt habe ich ein job bekommen du lachst nein das ist das ist geiler job noch nur die creme de la creme du lachs war schon in europa maschallah jungen maschallah ein 60 prozent aber mhm ja du kannst der weg schon mal auf 94 in der party ändern jesse vielleicht denken die sich ja auch alle body party ist so geil ich mache bis fünf uhr durch ja das kann auch sein beim top player ranken das so wild ja infi hat schon krankes set ne infi ist 42 ich bin 46 überlegen mal die zeit die er hatte jetzt schon ans set zu arbeiten aber er ist ja richtig gefallen wenn alle den wenn alle der mensch auch mal so da sind dann ist er schon mit allen durch und hört wieder auf ja ja klar zumindest spätestens wenn es einen server gibt wo er dann wieder als erster 100 sein könnte und dann natürlich gibt es da wieder was so motiviert morgen boah ja allerdings guten morgen es war auch richtig müde sagst du war ist auch einfach nicht gekommen krach ich war bis 8 uhr wach und dann habe ich bis halb 3 geschlafen dann hätte ich auch noch so ein paar aktives reingezogen und mir war letzte nacht aber auch bodenlos dann bin ich schlafen gegangen gestern halb zwei oder um zwei oder so kurz nach zwei ja 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 um vier ist diese beller wach geworden also war die einfach fast bis soja so bis 20 vor fünf war die wach boah habe ich mich aufgeregt ne aber dafür hat die dann auch bis halb neun geschlafen bei infi regelt zwei schicht system mit meinem mit seinem mitbewohner ist das so franik bist du sicher also er hat sie mir gesagt er hat beim hochleveln dreimal einen kollegen für fünf stunden zocken lassen alles andere hat er selber durchgemacht das glaube ich ihm auch er hat ja keinen grund zu lügen dabei dass der selber die ganze zeit da war ich will da Kopfschmerzen oh nein ja aber du hättest mal überwissert machen sollen wir hätten das richtig rasieren können stimmt ich meine bei mir ist ja noch nichts entschieden ich könnte theoretisch noch auf ursatz wechseln ich habe ja noch keine waffe und nix redet am besten noch einer mit rein ja genau der wort helfe helfe der hat big caravan der wort helfe der wort flüssiger lehrer in der ravine der die wort von den dingens weglehrt gz beitrag der hat schon als siev extrem viele yonics getötet ja der hat mir von spydeck ring geklaut ich war ich habe ihn sogar fast noch kf's so das waren glaube ich nur 20.000 damage die mir gefehlt haben am ende ach was was ist der denn äh der ist nüger der schwarzschild glaube ich welcher welcher deutsche ist denn ss kommen viele in frage das könnte karl heinz sein das könnte miss kapper sein das könnte betze sein mehr fallen mir nicht ein doch ein paar karl heinz das könnte karl heinz sein stimmt weil betze war bei mir in der party zu dem zeitpunkt was karl ist die sack hat er leider schnell weniger wenn wir hier irgendwie so ein unique baller hätten so ein 95er ja oder hunderter ne ja das würde ich uns aussehen hm die spawnd gleich einfach random rock ah ja ja dann ist er nicht von der 20 sogar schon ne 100 ist er ne rock war 105 im isro oh da machst man kurz oh hm wie lange harmony wie lange konnte man auf den einen schlagen mit gefühlt 800 leuten sechs tage oder sieben Immersault haben wir ja im ganzen server nicht geschafft mussteste warten bis 120 er kemm geordnium das seben war ja sogar bohn-rock int dass ein guter gab es nicht sogar irgendein special set von dem dann jaja ein rocset und das schlimme war die chinesen und die koreaner die haben das geschafft die europäer nicht im castro im castro und dem csv sind ganz viele mit diesem rockzeit rumgelaufen aber auf einem iso server ist es leider nie so weit gekommen also dann irgendwann schon aber dann als nicht mehr relevant waren aber auch gott mit mittwochs elf uhr oder so ich weiß doch an dem als der an dem ersten mittwoch als das rauskam und an dem zweiten mittwoch habe ich beide tage krank gemacht einfach nur um zu sehen wie die wie die wie der ganze wie der ganze server daran verkackt er haben muss alle player heißt schon crazy aber ich habe auch tatsächlich danach nie wieder auf einem nie auf irgendeinem server so richtig rock gesehen oder auf dem server hat man das immer aktiv gespielt neder also auf den ich war schon es gibt es sich auch da gibt es sogar mond rock ins der macht richtig der mensch das 130 oder so also gemeldet er wahrscheinlich oder rückste und 2 gibt es auf jeden fall auch aber bei es wirklich na schade hatte party m 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 t ich stecke kura stadt weil ich ja so viel für sich der mensch ab als ob das war nicht drauf machen dann kannst du es besser verkauft genau hast du noch zwei euro drauf achte sich sicher ist das für 15 mille weg 6 und und egal schon wieder ein paar die teilen mann taxis fünf mille die stunde habe ich schon vor einer dreiviertelstunde gesagt habe ich nicht gehört entschuldigen sie bitte robben sogar darauf geantwortet okay tut mir leid nicht direkt finde ich traurig ja gut okay dass wir jetzt trotzdem beide durch und krone richten weiter geht's ja ich habe zum beispiel ich habe auch noch mal 68 jeringern was so gottlos womit ich hier party machen ja ja genau ja hier kann der tori der abkaufen hat er keine 68er ich habe einen job bekommen crossbow ist ja wenigstens 98 ja ja perfekt haben wir 90 immer noch ein waffenlexion einem protektor ich habe schon ich habe drei protektor zwei waffen zwei accessoires ich habe auch schon seit fünf minuten nichts mehr bekommen dass das bonus accessori genau accessori 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 und es ist ja auch wer ab und wer ab und die und die trage genau oder wie dinge ist wie hier wie heißt der erste herbe sagt robben zu reverse reserve sagen was glaubst du denn bruder zünd das sind doch drei stunden ticke du kannst dich müde sein ich bin hundertmal müde dann sagte gleich wieder ja komm ist egal mache ich morgen morgen aber es war wieder sechs stunden p98 b9 augenstaxi ne ich will noch einmal die level und dann noch einmal hoch und dann passt dann reicht eigentlich dann sind es keine ahnung 260k oder so zwei sie gerade am level ne wieso ja wie denn gute frage in der theorie könnte ich dinge ist dann auch gemacht ja durch dann hat hattest du mich gemacht mal zum morgens aufgewacht ist oder hast du dich selber gemacht ach so ja gut ja dann machen wir machen wir das mal wenn jemand hört dann fernseh und muss sagen wir mal kurz hier text ab man was ist los jetzt nicht mehr oder nee das ist gut so wo ich glaube ich ja da guck sie muss los hatte heute gab es kein koker kann ich sagen machen ja joey als lura dann bräuchten wir aber chenise attack wir haben jetzt ein grad geschrieben der ist 95 in juka janus was ist 95 in juka da sind die gerade alle raus ja ja dann lassen wir die bobs erst weg machen so was fehlt uns jetzt was geht jetzt auch raus also sind wir eigentlich alle alleine und joe ist da ja genau joey könnte luren ja genau der könnte luren oder klerik also der könnte als war locker luren oder wir kriegen halt einen warrior dann könnte er weiter war lock machen also dass ich mein ticket bei so kack mal kurz vorher verballert habe ist so gut janus ja ich habe mal eine frage warum liegst du da ja weil du wieder hier die ganzen damage kassierst mein game ist gefreezt klar warst du da ich kriege weniger schaden als du lan ich muss hier nach dem penny gucken ich glaube hier hinten auch kritiker 9k dünnie liegt ach so joey rest den ich bin safe hier hinten ich verkaufe euch du bist safe hier anders wichtig also wir brauchen wir brauchen kleriker ja genau also joe kann entweder attacker war lock oder klerik oder löhre dünnie hat links nicht gerest jetzt ja okay eigentlich können wir alles nehmen so lange ist 94 ist ja das stimmt wohl man kriegt sich ja immer immer irgendwie organisiert so irgendwie irgendwie hast du ne global mal gezündet chucky hat ich habe keine mehr ich habe ihm die letzte rausgehauen ich habe mich geschrieben hier für die party mein glas verschüttet arschlecken habe ich ich habe meine streamer auszahlung noch nicht gekriegt ihr habt wenigstens streamer auszahlen ich gebe es nicht ja stream auch ich gebe das geld aus ne ich vielleicht ich gebe das geld aus für das geld das kann ich da werden es dann audio das geht so da müssen wir uns im wohnen halten das haben wir noch als besten lucas alles was für die schluss das ganze annehmen von ähm ok ich habe gar keine halle trotzdem perfekt soll ich hier welche geben ne ich gebe dem taun noch drei pakete er findet schon wieder 6 6 und 7 degree sos vielleicht haben die das ja guck mal ne theorie von mir vielleicht haben die das so eingestellt das halt so ne bei einem bestimmten mob gruppe ne bestimmte anzahl an sos gedroppt werden kann und wenn er die 1 der einzige ist der diese mobs gerade klatscht hat er halt auch die höchste chance ach so du meinst weil seine party quasi gerade alleine auf dem eis ist ja ich hätte reparieren können habe es jetzt vergessen noch kurz ticket stopp brauchst du einen hammer ja ich hätte vergessen so ein riemen junge so ein riemen junge die audiotronik exchange 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 aber später noch geht ein bisschen ich habe irgendwas bekommen von meiner quest collect sharp irgendwas und dann hat ein tomback gekellt und ich konnte es von ihr looten ne almi hat das bekommen oder bei mir ist es aber aufgebraucht warte hier steht 1 von 100 auch in der questlog laber nicht hast du das im inventar ne ne viel ähm okay dann ich habe ja genug ne klapp andersrum machen wir so rum war ja was haben wir gesagt klerik warrior wizard und wenn jetzt welchen uke ja auch das spiel aber ihr könnt glück kam ist ja noch erst halb 1 ja überlegen du kriegst ja fahrt hier eigentlich immer früh erwarte mal ist links da mir ist links da ich hat aber dann auch noch neun die gräne der ist schon ein spiel aber im zweifel könnte der halt der ist guter der gute set der könnte klerik machen da könnte joey wieder war lock machen oder lure oder 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 diese hat mich angeschrieben ich habe geschrieben warrior mit y frage zeichen ich habe geschrieben warrior mit lua und keine antwort alter löscht ich doch ich bin kurz aufgeraft toilette mhm